Scheiße, du bist so ein Wichser, Wattab, du griechst jetzt nur zurück, aah, meine Eier. Yo Leute, was ist hier bei einem neuen Video? Ich bringe heute meinen großen Bruder, weil er wollte schon immer den schwarzen Ritter kennen und Leute, ich habe mit meinem Vater etwas bearbeitet. Leute, da sieht man jetzt, da ist der schwarze Ritter und das bewegt dich auch, wie normal eigentlich immer. Und ja Leute, ich bringe heute, dass der im Shop ist und der wollte ihn schon immer haben und dass ich ihn gekauft habe. Und ja Leute, das PS4 Gewinnspiel läuft immer noch, ihr müsst einfach mir und meinem Bruder auf Instagram folgen. Und ja, dann geht es eigentlich direkt los, let's go! Ja Leute, wir beginnen jetzt und... Ach! Ah, fuck, mein Kopf. Wir beginnen jetzt. Heute ist so... Hey! Pürabi tragen, Rodriks Original. Heide war Dumping mit Tee-dee-dee-da-da-da-da-da. Willst du eigentlich? Ich tue es doch normal. Halt deine Fresse. Wie geht's dir? Nicht gut. Mir geht's gar nicht gut. Wieso? Weil du da bist. Halt die Fresse. Guck mal was im Fortnite schockert. Was? Guck was im Fortnite schockert. Schön. Schreib mir einer. Du bist ein Bastard. Digga ich fick deine Mutter. Was ist der denkt? Biss dich Juge. Nerv mich nicht. Was hast du gesagt? Öffne Fortnite. Nein. Und guck was im Shop ist. Ja warte. Im Shop? Mhm. Du musst nur den PS. Ja Playstation ist ja schon an. Ja du musst glaub ich noch einmal. Ich schwöre draußen das Wetter. Ey ich hab heute gar keinen Bock mehr raus zu gehen. Das ist so ein scheiß Wetter. Ehrlich jetzt. Das fack mich richtig ab. Oh mein Gott. Nein. Nein. Was? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Schwarzer Ritter. Ja schwarz. Er ist schwarz. Nicht Schweizer Ritter. Ey Luca halt die Fresse. Du hast ihn gekauft. Ja. Oh mein Gott. Von wo hast du das Geld? Ich weiß nicht. Hä von wo hast du das Geld genommen Luca? Von dir? Wie von mir? 20. Äh ne 30 Euro. Und die Spitzakon. Luca. 30 Euro? Ja. Luca das Geld war für heute. Ich gehe am Abend weg ins Kino. Achso. Entschuldigung. Was Entschuldigung? Ja. Bist du behindert? Nee. Luca. Bist du mich verarschen? Nee. Erstens. Okay ist geil. Du hast den Skin. Okay ich liebe den Skin. Besser Skin. Ich schwirr auf alles. Aber Luca du kannst doch nicht mein Geld ausgeben. Bist du behindert? Ja. Was egal. Hauptschwahl für alles. Hä was egal. Ja ja so. Luca das Geld war für... Scheiße. Das Geld war für heute Abend im Kino. Du Idiot alter. Hä? Wirst du mich verarschen? Hallo. Nein. Rede jetzt mit mir wenn ich mit dir rede. Hör auf jetzt. Chill. Hm? Chill. Was chill. Nichts chill. Ich chill den ganzen Tag. Ich kann nicht mehr chillen. Ja? Nein Luca. Gib dir einfach die 30 Franken aus. Wo ich brauche um am Abend weg zu gehen. Gib dir einfach aus. Ich glaub's nicht. Und das für den Skin. Okay ist krass. Es gibt nur 100 Stück steht da. Krass okay. Aber Luca. Ich war der 99. Luca. Hör mir jetzt zu. Nächstes Mal. Nimmst du nicht mein Geld. Hast du mich verstanden? Hast du mich verstanden? Ja. Mach jetzt dein scheiß Handy weg. Ey. Nein. Mach das jetzt weg. So wir reden jetzt. Steh auf. Nein. Steh auf stell ich hier hin. Nein. Dann mach ich's halt. Ich stell sie mich hier hin. Aufstehen. Zack. So. Und jetzt schau sie mir in die Augen. Warum gibst du mein Geld aus? Nein. Warum gibst du mein Geld aus? Ah. 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 Meine Eier. Ah. Meine Eier. Ah. 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 Scheiße. Du bist so ein Wichser. Warte ab. Du kriegst erst so zurück. Ah. Meine Eier. Ey. Du kriegst erst so zurück. Warte. Ah. 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 Du Wichser. Komm her. Komm. Komm. Ich schlag dir jetzt gegen den Kopf. Hör auf jetzt. Verpiss dich. Du rätst mich auf. Du rätst mich auf. Du rätst mich auf. Die Scheißhalter. Deine Eier tun so weh, Mann. Ach. Ich muss zum Doktor gehen, Mann. Ah. Du bist so ein Wichser. Ich schwöre. Du meinst zu die, wo du gar nicht hast. Oh. Halt deine Fresse. Ah. Fuck. Meine Scheiß Eier, Alter. Ah. 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 Meine Scheiß Eier, Alter. So. Hör auf jetzt. Scheiß Penner, Alter. Hör auf jetzt. Ja, da will ich jetzt aber mal kurz eine Runde mit dem Spielen, okay? Mama. Alles gut. Willst du mich verarschen? Was? Willst du mich verarschen? Was ist das? Was? Was? Media Player. Warte mal. Ey, du hast mich nur verarscht, du Wichser. Hast mich nur verarscht, du Wichser. Hä? Ist das dein Ernst? Ja, Dicker. Zuerst tritt er mir in die Eier und dann noch das. Ja, das ist doch gut. Halt deine Fresse jetzt. Was soll das? Ich hab... Luca, mach doch nicht immer so Dreck auf mein Sofa, Alter. Meine dicken Eier tun wie weh, dann verarscht er mich damit noch. Alter, ich hab keinen Bock mehr, Alter. Ich hab keinen Bock mehr, Alter. Einfach piss dich, Junge. Piss dich ein. Piss dich ein. Jetzt. Halt die Fresse, nein! Es ist ein Freund! Es ist ein Freund! Es ist ein Freund! Wichser, ne? Ey, Leute, meine Eier tun mir weh wegen diesem Bastard, Alter. Ist das dein Ernst? Ja, ich so. Ist das lustig? Mhm. Ja, lustig, geil. Häftig. Das ist nur ein Opfer, Alter. Nein, Mann. Ey, Leute. Leute, auf jeden Fall, wenn euch dieses Video gefallen hat. Ey, du Wichser, du kriegst das doch so zurück. Warte ab, Alter. Schaut euch den an. Also, Leute, wenn euch auf jeden Fall dieses Video gefallen hat, dieser Prank, dann folgt uns bei Instagram und so. Und da würd ich auf jeden Fall sagen, macht alle bei dem Gewinnspiel mit. Es lohnt sich. Ich geh jetzt erstmal zum Doktor, weil meine Hoten mir weh tun. Und ich würd sagen, warte ab, wenn du in meinem Alter bist. Ich geb dir so eine Bombe hinter deine Eier. Und dann sehen wir. Hör auf jetzt. Hör auf. Hör auf. Hör auf jetzt. Verpiss dich. Hör auf jetzt. Und ich würd sagen, Leute, haut rein. Hör auf. Und. Hör auf jetzt. Und. Ciao, Leute. Nein. Oh mein Gott. Kamera fällt um. Ciao. So, Leute. Auf jeden Fall, wenn euch das Video gefallen hat, dann ja, ihr wisst, was zu tun ist. Lasst ein Like da. Und. Ja, Mann. Auf jeden Fall, Leute. Ich spiel grad bisschen Fortnite. Und was ganz wichtig ist, Leute, ist, folgt uns bei Instagram. Denn dort sind wir extrem aktiv. Auf jeden Fall würd ich sagen, Leute. Schreibt uns jetzt mal bei Instagram, mir und Luca, ganz viele Video Ideen. Egal was. Ihr könnt uns alles senden. Würden uns auf jeden Fall freuen. Und. Ja. Ich würd sagen, Leute. Ja. Wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein und sendet uns Ideen. Und ja. Tschüss. Ciao. Auch. Ciao. Bye. Do, quoi. の節目. 最後はいpa. Ciao, ciao, ciao. Untertitelung des ZDF, 2020